Wow, ich bin im Zirkus. Meine Lieblings-Animationsserie. Pomni ist verschwunden. Das kann nichts Gutes bedeuten. Hallo? Wow, Jax der Hase. Ah! Hey, Hübscher! Hey, hey, hey! Bah, eckle. Du bist keine Pomni. Och, ich vermisse sie. Warte, komm zurück. Nee, ich muss eine Pomni werden. Aber ich bin so hässlich. Ich werde dich immer lieben. Jeder passende Ton. Hm? Was ist das für ein Ding? Du bist so knutschig. Hallo, Streberin. Ich bin Pickel-Gorilla. Interessant. Hast du auch Pickel? Und du weißt, was das bedeutet. Bitte befreie mich davon. Wow, was für ein Nervenkitzel. Die Dinger sind reif. Das hilft gegen Pickel. Eine Gratis-Gesichtsmaske muss man einfach lieben. Die T-Zone nicht vergessen. Wow, da passiert wirklich was. Guck mal, die Bläschen. Ich liebe ein gutes Kribbeln. Also, was steckt dahinter? Hoffentlich hat es funktioniert. Wow, das ist wirklich reine Haut. Oh, haha. Und du siehst auch gut aus. Au. Ist das alles? Du hast mich rausgeworfen? Wow. Was ist das für ein Ding? Ich zeige ihr mal eine Gesichtsmaske. Hoffentlich mag ihre Haut ein bisschen mehr. Das wird episch. Jetzt brauche ich nur noch Popcorn. Showtime. Zum Glück habe ich Bohnen gegessen. Uh. Wow. Das darf doch nicht wahr sein. Jedes passende Geräusch. Jedes passende Geräusch. Wow, danke Bruder. Hahaha. Volltreffer. Gefällt's ihr? Oh man. Machen wir sie nass. He he. Hey. Das hat meine Farbe verschüttet. Aber warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Rote Klauenwangen? Ja bitte. Jetzt fühle ich mich gleich viel süßer. Wow. Ich sehe aus wie eine Pommni. Warum hasst mich das Universum? Oh, nimm das. Juhu. Hey, schon wieder YouTube-Bewerbung? Wow, genau das, was ich brauche? Mama hat bestimmt nichts dagegen? In den Warenkorb. Ja. Pommni hat auch rote Augen. Hey, das kitzelt. Wow. Pommnis bunte Augen. Das ist fantastisch. Hier unten passiert etwas. Nichts, was ein bisschen Schokolade nicht beheben könnte. Kein Löffel, kein Problem. Alles kommt an einen Ort. Ein passender Ton. So cremig. Ein passender Ton. Oh oh. Ups. Ich hab mich ein bisschen gehen lassen. Zeit zu reinigen. Oder besser gesagt, Zeit für ein Makeover. Wie ein Nachmittag im Salon. Wer hätte gedacht, dass Schokolade so vielseitig ist? Und Feuchtigkeitsspenden. Na, hat's geklappt? Schmeckt bestimmt gut. Hey, wow. Ich lege EBS. Aber was ist mit meinem Outfit? Das ist meine nächste Aktion. Hoffentlich passt es. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wow. Aufweia. Das wird eine Narbe geben. Hey, ist doch gar nicht so schlimm. Hier oben ist es viel besser. Aber die sehen so traurig aus. Vielleicht hilft etwas frische Luft. Los geht's. Größer. Okay, das beliebte Geräusch. Komm schon. Was? Aber warte mal. Da kann ich auch gleich mein Gas benutzen. Jetzt mach ich den Hut lebendig. Hoffentlich habe ich genug aufgeblasen. So. Nur noch ein paar Anpassungen. So. Und die andere Seite. Perfekt. Das auch nicht vergessen. Hahaha. So süß. Guck mal. Wow, genau wie auf dem Foto. Ich kann es gar nicht glauben. Wie ähnlich sehe ich aus? Oh. Oh, 50. Jeder passende Ton. Virus, Virus, Virus. Jeder passende Ton. Hey. Klau mir nicht meine Kleider. Was für ein Virus ist das? Ihr kleinen Schlingel. Hört auf. Verrückte Hacker. Meine Kleider. Verrissen. Vielleicht ist es Zeit für ein neues Outfit. Auf geht's. Ich bin bereit für die Herausforderung. Mal sehen. Sehr schön. Welche Farbe ist schöner als blau? Das Wasser verändert sich. Siehst du? Genau so. Wunderschön. Jetzt kommt der super spaßige Teil. Tschüss, langweiliges Weiß. Und hallo, Zirkusblau. Es ist wie Zauberei. Wow, toll. Die Hälfte ist geschafft. Und jetzt die nächste. Hoffentlich wird sie genauso toll wie die blaue. Genau so. Schau dir das an. Und los geht's. Und es passt wie angegossen. Ist das nicht toll? Warte mal. Mit der Schleife wird es noch schöner. Und Rüschen. So süß. Und das auch noch. Auch so glitzernd. Hey. Ich brauche ein paar Kurven. Hier kommt der Pflaumenspiel. Je voluminöser, desto besser. Mach dich bereit für ein bisschen Zirkus-Charivari. Fantastisch. Der süßeste Clown ist hier, um euch zu unterhalten. Wow, Jax wird das lieben. Wie viel jetzt? Ja, endlich kann ich als Pomni durchgehen. Kannst du das glauben? Ich werde den Hasen austricksen. Oh nein. Ist es gebrochen? Oh nein, meine Zehen. Wie bringe ich das wieder in Ordnung? Mein Fuß. Oh, du brauchst Schuhe. Natürlich. Passen die? Die haben auf jeden Fall meine Größe. Aber man kann die Schuhe ja aufpeppen. Okay, noch ein bisschen. Das könnte eine Weile dauern. Pomni würde sich nie mit langweiligen weißen Turnschuhen erwischen lassen. Wow, sind die nicht toll? Ich liebe sie. Aber sind sie auch stolpersicher? Hier! Wow. Ich fühle gar nichts. Juhu! Du wirst mich bald sehen. Ich bin bereit, online zu gehen. Jeder passende Ton. Wünscht mir Glück. Ich bin wieder da. Und Pomni scheint immer noch zu fehlen. Naja, jetzt nicht mehr. Überraschung. Rate mal, wer wieder in Aktion ist. Hallo. Was, hä? Suchst du mich? Pomni. Bist du es wirklich? Auf keinen Fall. Bist du die echte Pomni? Oh ja. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Oh, ein schöner Marienkäfer. Meine Augen fressen gerne Käfer. Tschüss, Marienkäfer. Diese Puppe ist lahm. Schau, Schatz, eine neue Puppe. Ich bin besser als du. Nein, bist du nicht. Wow, danke, Papa. Das ist für dich. Eine Marienkäfer, Papa. Ich brauch dich nicht mehr. Oh, was ist gerade passiert? Sie will mich nicht mehr. Oh, warum sie? Keine Sorge, wir machen Antistress. Oh, interessant. Das kann ich schaffen. Definitiv. Ein kleines Stück ist alles, was ich brauche. Und natürlich einen neuen roten Marker. Diese Färbung ist seltsam befriedigend. Glitzerzeit. Leg dann den Strohhalm hin. Einpacken und los geht's. Jetzt reicht es aber. Ich muss noch daran ziehen. Es wird bald Sinn machen. Keine Sorge. Na, siehst du? So matschig. Es wirkt eine dunkle Seite in mir. Wenn ich das Ding nur aufmachen könnte. Ich werde besser sein als du. Ihr geht meine Haare. Das ist so gar nicht die Stimmung. Aber Hilfe ist auf dem Weg. Ich brauch nur eine große Dose Rasierschaum. Oder besser gesagt, eine große Schüssel Rasierschaum. Ist das genug? Wow. Oh, danke. Ich brauch nur das, was in diesem Ding drin ist. Fertig, fertig. Sieh dir diese Farbexplosion an. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Wow. Zeit, die Dinge zu verändern. Es nimmt die Farbe sehr gut auf. Sieh nur, wie cremig es wird. Und jetzt saubere los. Oh. Das tut so gut. Ich hoffe, ich bekomme alle Haare. Ja. Bis hin zu diesen Enden. Und nun zum Rest. Her mit der Hitze. Ja. Lass das warme Haar seine Arbeit tun. Und was bekomme ich? Wunderschöne lila Locken. Und sie sind auch noch super weich. Wow. Darf ich mir eine davon ausleihen? So glänzend. Wow. Wow. Kleine Knoten sollen niedlich aussehen. Und sie passen zu meinem Haar. Das muss ich mir ansehen. Ich wette, es sieht krank aus. Ähm. Schön. Oh. Mein Gesicht. Oh nein. Mein Gesicht. Oh. Mein Gesicht. Was habe ich denn da am Hals? Ich habe vergessen, dass ich die hier trage. Sie sind zum Abdrücken von Pickeln sehr nützlich. Wow. Der ist aber tief. Ekelhaft. Oh Gott. Ekelhaft. Nächster Schritt. Gesichtsmaske. Und ich kenne die perfekten Zutaten. Da muss etwas Salz drin sein. Und es richtig gut durchmischen. Das Ding wird sich toll anfühlen. Ja. Jetzt geht es los. Hey, das ist besser als ein Mixer. Fast ausgerutscht. Jetzt gibt es nur noch eines zu tun. Holt mir diesen Dreck ins Gesicht. Ich kann die Reinigung schon spüren. Oh, so entspannend. Und wenn ich einen kleinen Snack brauche, das ist kein Problem. Alles erledigt. Ah. So glatt wie ein Babypopo. Ich bin so glücklich. Aber an meinem Lächeln könnte ich noch etwas arbeiten. Oh, ist das für mich? Das kann ich gebrauchen. Nutze dieses praktische Gerät für deine Zwecke. Dafür brauche ich eine Menge Wasser. Bist du bereit für diese Herausforderung? Ich brauche mehr Energie, Leute. Im Anflug. Oh, das Wasser fühlt sich gut an. Aber reicht das aus, um all dies loszuwerden? Wir machen hier Fortschritte. Habe ich noch etwas Wasser übrig? Fast fertig. Oh, besser. Was soll ich jetzt tun? Wie ist das da reingekommen? Ich sollte sie besser benutzen. So, das sieht ziemlich gut aus. Danke für die Hilfe, Pinsel. Oh. Man muss alles da drauf haben. Alles klar. Oh weh. Dieser neue Look gefällt mir sehr gut. Viel besser. Oh. Hey. Bist du allein hier? Oh. Ich würde dich einfach hier oben halten. Schatz, das Mittagessen ist fertig. Geh nicht weg. Ich komme. Oh. 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 Du schon wieder? Ich weiß, was ich mit dir machen muss. Das tut kein bisschen weh. Tada. Du brauchst deinen Körper nicht. Oh nein. Was machst du da? Bleib einfach ruhig. Wir sehen uns auf dem Flip. Ich habe genug von diesem Gesicht. Ah. Da haben wir es. Hier ist dein Arm wieder. Und das andere. Keine Sorge. Ich habe auch deine Beine. Rein mit dir. Jetzt muss ich sie nur noch einpacken. Ja. Auf die Arme. Und dann haben wir noch das hier. Ihre brandneue Form. Das ist schon besser. Wer ist jetzt der Verlierer? Komm mit mir. Zeit zum Fliegen. Oh Gott. Das tat weh. Tschüss. Tschüss. Oh. Was für ein schönes Material. Ich kann das benutzen. Oh. Wuhu. Juhu. Oh. Darf ich mir das ausleihen? Es ist der perfekte Gürtel. Siehst du? Oh. Was ist hier? Lasst uns Details hinzufügen. Wir passen einfach perfekt. Meine süßen kleinen Punkte. Man kann gar nicht genug davon haben, oder? Wow. Sieht mich an. Und ich habe es ganz allein gemacht. Oh. Ich weiß, was noch fehlt. Ich kann diese alten Sachen unmöglich tragen. Aber die Einsätze, wie auch immer. Sie haben genau die richtige Farbe. Natürlich mit ein paar zusätzlichen Tupfen. So. Es ist perfekt. Oh. Nun fast. Damit ist der Look endlich komplett. Es ist soweit. Was in aller Welt? Wie sind die auf meine Hände gekommen? Oh. Spinnenfinger. Lasst mich los. Ekelhaft. Oh. Ich hasse diese Dinger. Sind sie endlich alle weg? Oh nein. Igitt. Ich brauche einen neuen Nagelkünstler. Hm? Oh. Was haben wir hier? Ich habe nur dieses kleine Stück hier hingestellt. Und warte auf den Klick. Ich muss es einschalten. Oh. Ich glaube, es ist fertig. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was passiert. Aber ich muss mich erst für ein Design entscheiden. Hm? Mal sehen. Hm? Oh. Dieses hier. Packen wir es an. Wow. Ist es schon fertig? Das ist so niedlich. Wow. Sind das wirklich meine Nägel? Oh. Wie niedlich. Erstaunlich. Doch. Das tat weh. Oh nein. Oh. Oh. Wer hat das da hingestellt? Oh. Verwandeln wir es. Aha. So. Wow. Erstaunlich. Bleib jetzt genau hier stehen. Ich mache nur einen kleinen Einschnitt. Was für ein sauberer Schnitt. Igitt. Oh. Ich glaube, ich habe hier drin einen Reißverschluss. Wie perfekt ist das? Ich muss es nur noch annähen. Fertig? Oh Gott. So. Ich habe es geschafft. Hm. Hm. Wie wäre es damit? Ich frage mich, woran es befestigt ist. Oh. Hallo. Oh. Ich nehme es. Befestige es einfach an diesem Ding. Und ich habe einen Riemen für meine Tasche. So. Wow. Gar nicht mal so schlecht. Es ist doch groß. Mal sehen, was da drin ist. Hallo da drin. Hä? Oh. Das ist interessant. Oh. Oh. So schwer. Was? Oh. Lass mich mal sehen. Was? Eine Schere? Igitt. Ich fühle etwas. Eine Klobürste? Ah. Was ist das für ein Geruch? Kommt der Gestank von meinen Füßen? Das müssen diese alten Socken sein. Ich habe sie noch nie gewechselt. Oh. Das fühlt sich gut an. Was mache ich jetzt damit? Ich kann sie nicht mehr tragen. Also kann ich sie auch gleich zerschneiden. Fast. So. Sie kommen jetzt an meine Hände. Und sie machen das Outfit richtig komplett. Oh. Das sind tolle Handschuhe. Tada. Jetzt lasst uns ein paar Stiefel machen. Diese Absätze dienen als gute Basis. Vergiss den anderen nicht. Ziehe die Socke nun ganz nach oben. Ja. Weiter so. Auch über dem Knie. Wie schick sind die denn? Ich fühle mich hinreißend. Wow. Wie? Ein Marienkäfer? Oh. Hallo zusammen. Du bist so niedlich. Komm mit mir. Ihr macht perfekte Ohrringe. Und genau die richtige Größe. Achte darauf, dass du das gesamte Outfit bekommst. Die Rückseite auch. Dieser Look ist viel besser als mein Alter. Richtig. Oh. Das Mädchen kommt. Oh. Ich bin zu Hause. Wo bist du? Ich hab sie genau hier gelassen. Marienkäfer. Warum bist du dort unten? Mh. Wow. Du siehst so cool aus. Mh. Das Kleid. Ich liebe es. Das ist richtig. Schmutziges, schmutziges Pikachu. Du hattest einen Unfall. Alles wieder sauber. Alles. Oh. Hey. Nicht auf den Hintern treten. Ich helfe dir. Oh. Danke. Hey. Hast du meinen Pikachu gesehen? Gehen wir suchen. Äh. Warte. Pikachu ist doch hier. Niemand kümmert's. Oh. Wie gemein. Oh. Oh nein. Du bist ja verletzt. Armes Ding. Eww. Ab ins Krankenhaus. Ich werd dich ratten, Pika. Schere bitte. Es wird vorbei sein, bevor du irgendwas merkst. Oh. Schau dir das an. Das sitzt ganz schön tief. Ah. Ja. Oh. Wer hätte gedacht, dass das in dir steckt? Oh. Pika. Mir wird ganz schlecht. Fast geschafft. Wow. Was in aller Welt ist das für ein Ding? Seltsam. Oh. Pika. Oh nein. Gib jetzt nicht auf, Pika. Halte durch. Komm. So. Pika, Pika. Pika? Oh. Du lebst. Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Danke, Pika. Oh. Voll hell. Warte mal kurz. Oh. Eine Karte. Wie kann ich die denn aktivieren? Pikachu. Oh. Das ist dein Plan. Ich muss das machen, um Pikachu zu werden. Hautpfleger? Meine Haut sieht wirklich schlimm aus. Ich glaube, ich esse gegen die Traurigkeit. Meine Zunge steckt fest. Echt jetzt? Oh, naja. Tschüss, Pika. Oh. Ah. Meine Schuld. Das Licht. Es ist so dunkel. Oh. Was ist das denn? Eine leuchtende Pokémon-Maske. Ich werde die mal anprobieren. Das Licht ist wieder an. Was? Nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte. Die Maske will mich essen. Oh. Das kitzelt. Sie dringt in meine Haut ein. Sind das meine Pickel? Was für eine komische Gesichtsmaske. Oh, ich strahle ja färmlich. Hä? Was ist gerade passiert? Unter diesen Pickeln hat sich ein süßes Mädchen versteckt. Hautpflege erledigt. Meine Haare. Pika. Pika. Die sehen echt übel aus. Warum bist du so gemein, Pika? Ist das Schnee? Gib dem Mädchen eine Spülung. Sehr witzig, Pika. Ist das eine Ratte? Da hast du mein Versteck entdeckt. Oh, eine Torte. Wird Zeit, mich zu verziehen. Komm mit. Hey, wo willst du denn hin? Hm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann dich als Haarfärbemittel nehmen. Hoffentlich kriege ich die Schüssel voll. Mission erfüllt. Und nun zur Farbe. Gelb ist doch ganz schön, oder? Und rein damit. Ein paar Tropfen reichen da völlig. Ich wette, so eine Schlagsahne hast du noch nie gesehen. So müsste es gehen. Wow. Und nun wird gemixt. Uh, matschig. Pika. Was dagegen, wenn ich helfe? Oh, danke, Pikachu. Jetzt glitzert das so schön. Siehst du, wie das alles schön gelb wird? Endlich fertig. Ah, das fühlt sich richtig gut an. Darf die Enden nicht vergessen? Das Zeug ist wirklich reichhaltig. Mega cremig. Ich sollte das Zeug öfter mal auftragen. Zeit für ein bisschen heiße Luft, Baby. Oh, nice. Da passiert definitiv was. Und Pika? Wie findest du meine neue Frisur, hm? Niedlich, oder? Darf ich das leinen? Ich brauche auch nur die Fäden. Gucken wir, wie das Ding abgeht. Wow. Voll schön. Das sollte perfekt passen. Süße Highlights. Total seidig. Und was hältst du davon, Pika? Ich mag gelb so sehr. Pika, Pika. Pika, du blendest total. Wer ist da? Ich will auch zu Pikachu werden. Hey, Barbie. Schau mal, zum Schönheitssalon geht's da lang. Lass dich hübsch machen, Mädel. Oh ja, das werde ich. Oh ja. Willkommen in unserem Schönheitssalon. Lehn dich zurück und entspann dich. Ich nehme das Übliche, bitte. Ich schneide nur die Spitzen, ja? Äh, hey. Das sieht nicht nur nach Spitzen aus. Mädel, das steht dir viel besser. Und nun musst du dich bräunen. Was ist hier los? Hey, das ist kalt. Die Bräune ist zu gelb. Oh hey, was ist denn los? Oh. Bleib einfach ganz ruhig, okay? Du wirst gleich wieder was sehen. Siehst du? Total süß. Bitte sehr, deine neuen Klamotten. Nur ein kleiner Schnitt. Und so einfach. Hast du ein neues Outfit? Ein bisschen eng. Okay, was sagst du dazu? Was ganz anderes, oder? Oh, du siehst umwerfend aus, Barbie. Pika, Pika. Hey, so eine Schönheit. Danke, Pika. Oh, seht ihr süß zusammen aus. Hä? Wo ist sie hin? Oh. Sie ist jetzt bei ihrem Schatz. Sie. Wir sehen so verliebt aus. Das hätten wir sein können. Wer hat es geworfen? Pika, Pika. Hör auf zu heulen. Mach dich lieber weiter. Ach, wirklich? Was ist das? Schenkt mir etwas Liebe. Hab dich. Ein Herz, das mein gebrochenes Herz ersetzen kann. Werde ich je meine Liebe finden? Oha. Oh, was passiert hier? Meine Herbst wächst ja. Keine Zeit mehr zum Weinen. Ich muss mein verheultes Gesicht in Ordnung bringen. Das fängt mit der richtigen Foundation an. Passt doch sehr gut, oder? Danke, Herzschwamm. Oh, Pika. Dankeschön. Oh. Ich fange am besten mit den Augen an. Ich stehe zurzeit total auf gelb. Fertig. Der nächste Schritt. Hier. Danke. So eine Schablone bewirkt wahre Wunder. Siehst du, wie es wird? Ich bin gleich fertig. So. Sieht toll aus, oder? Hm. Also, ich habe eine Idee. Pika, komm her. Pikachu. So, Zwillinge. Oh, yeah. Oh, mein Schätzchen. Pika, Pika. Oh, Mädel. Du siehst echt hübsch aus. Oh, du kannst echt gut küssen, Baby. Oh, ich werde ganz rot. Hä? Hm. Oh, wow. Was ist das für ein Geruch? Hm. Wow. Ich will sie extra dunkel. Ich nehme mir einen Bissen. Aha. Guck mal, wie klebrig. Bye-bye, Diät. Hm. So lecker. Ich brauche auch so brutzelnd heiße Ohren, damit ich mir sowas selbst machen kann. Dafür brauche ich nur meine Socken. Pika, Pika. Haha. Aber warte. Die müssen ja noch gefüllt werden. Ähm. Das habe ich vom Hamster gelernt. Nur noch ein paar mehr. Und. Pika. Super. Nun brauche ich noch ein bisschen Wärme. Oh, da ist es. Pika, Pika. Wow. Das ist genau die richtige Größe. Passt perfekt. Oh, da fehlt noch was. Ich will, dass sie genau wie die von Pika aussehen. Der Winkel muss stimmen. So. Guck mal, wie süß die aussehen. Probieren wir sie gleich mal aus. Riecht gut da oben. Ich beiß mal rein. Mit den Pika-Zähnen geht das Beißen viel einfacher. Das ist so lecker. Mega. Aber wo ist die Torte hergekommen? Ich habe gekleckert. Oh nein. Aber wen stört es schon? Das ist viel zu lecker, um sich darum zu kümmern. Ach, herrje, die Sauerei. Ich ziehe mich besser um. Voll eklig. Weg damit. Egal, das ist ziemlich übel. Oh, bah. Ich muss was zum Anziehen finden. Gibt's hier noch irgendwas sauberes? Oh, das ist alles so schmutzig. Warum habe ich nur den Waschtag ausgelassen? Ich habe nichts zum Anziehen. Oh, was ist hoffnungslos? Lass uns ein bisschen Bollywood-Schauspielern, ja? Guck mal, wie sie rollt. Sie ist so unglücklich. Ja, helfen wir ihr mit ihrem Stil. Pika-Pika. Wow, wer hätte das erwartet? Pika-Pika. Oh. Bleh. Duschzeit. Was zum? Oh. Nein, dieser Schwamm ist total kaputt. Wie wäre es, wenn ich einfach ein bisschen cleveres Recycling mache? Oh, so schön. Jetzt geht's los. Yay. Geschafft. Oh. Oh. Bitte tu mir nicht weh. Oh. Hab dich. Das sieht irgendwie ganz genau aus wie ein Schwanz. Aha. Da gehörst du hin. So wedelig. Guck mal, Pika, mein Schwanz. Oh nein. Wo bin ich? Bin ich jetzt im Pokéball drin? Wow. Was ist das? Oh, jemand ruft an. Hm? Lass mich rangehen. Pikachu. Pika. Du bist bei ihr. Oh mein Gott. Pika-Pika. Ich bin gleich da. Pika-Pika. Mein Schwarm wird doch gleich hier sein. Oh. Was ist das für ein Licht? Etwa noch ein Pokéball? Nailmaker 2000? Tja. Den brauche ich nicht. Meine Nägel sind... Oh. Oh. Ekelhaft. Warum sehen die denn so übel aus? Ich brauche dich also doch. Nailmaker 2000. Ich wähle dich. Wow. Guck dir mal dieses Teil an. Es ist wunderschön. Bitte sei sehr sanft. Okay. Lass mich was aussuchen. Hm. Verschiedene Designs. Ah. Wow. Ich will das haben. Gib's mir. Oh. Oh. Pika ist auf meinen Nägeln. Aber ich kann nicht nur einen machen. So. Oh. Mehr. Mehr. Nehmen wir das jetzt. Das perfekte Set. Fabelhaft. Aha. Oh je. Meine Zeit ist fast um. Pika. Hol mich hier raus. Ah. Der Ausgang. Ah. Oh. Fast da. Ah. Geschafft. Autsch. Was war das denn? Pika. Oh Pika. Das tut mir so schrecklich leid. Oh. Ich hab nur noch fünf Minuten Zeit. Wo soll ich dich nur unterbringen? Ich hatte dich. Pika. Pika. Alles okay? Pika. Oh. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Aber eigentlich würdest du da ganz gut reinpassen. Mit ein bisschen weißer Farbe können wir den in etwas Neues verwandeln. Und nun etwas verteilen. Okay, wir sind halb fertig. Kommt dir das langsam schon bekannt vor? Du wirst es gleich erkennen. Tada. Sieht gut aus. Aber wo ist Barbie? Hey, hier drinnen. Oh, danke Barbie. Die schwarze Linie darf nicht fehlen. Schön gerade. Und zu guter Letzt. Der große schwarze Knopf. Ah. Fertig. Seid ihr bereit, da reinzugehen? Gleich ist die Zeit vorbei. Beeil dich. Geh schon rein. Nur noch ein paar Anpassungen. Hier. Wo ist mein Pikachu? Suchst du mich? Pika. Komm zum Papa. Pika. Dieser kleine Kerl wartet auf dich. Wow. Du bist so schön. Warte. Ich hab was für dich. Ich glaub, die werden dir stehen. Wow. Ich hab euch auch lieb. Pika, Pika. Oh, Pika. Ich hoffe, mein Discord-Matte merkt mich. Ist das süß oder was? Gib mir das. Hey. Hm. Kawaii. Hey, Senpai. Ich bin... Nani. Das bist nicht du. Du wirst nie so sein wie sie. Warum? Senpai, du bist perfekt. Oh ja. Meine Haut leuchtet. Ja. Oh, ich muss was unternehmen. Nein. Meine Nägel sind nicht lang genug. Aber ich werd sie verlängern. Dachtest du, ich mach Witze? Ich mach sie einfach rasiermesserscharf. Aber mit süßen Pfoten abdrücken. Damit Senpai keine Angst hat. Miu. Scharfe Katzenkrallen. High Five. Wow. Die sehen toll aus. Zeit für fiese Nahaufnahmen vom Pickel ausdrücken. Äh. Ups. Du hast auch Pickel. Oh. Dann drück ich sie alle aus. Yay. Äh. Ich hab's etwas übertrieben. Oh. Gesichtscreme. Wie praktisch. Und die fühlt sich wirklich toll an. So. Fertig. Aber die Farbe. Ähm. Das könnte helfen. Und es ist soweit. Das ist so Orochimaru von mir. Ich fühl mich mächtig. Und das ist das Ergebnis. Ih. Oh. Was ist mit meinen Haaren los? Oh. Oh. Das reicht nicht. Ich brauch ne krasse Veränderung. Diese rosa Haarfarbe wird's richten. Hä? Und los. Hä? Das ist die Veränderung, die ich unbedingt gebraucht habe. Oh. Meine Haare sind fertig. Das ist wirklich perfekt. Oh. Was? Ping. Ping. Hatte ich. Boom. Ping. Ping. Gib das her. Was ist das? Ein Laser? Jetzt nicht mehr. Nun ist es etwas noch viel stärkeres. Dieses Beauty-Tool wird mich zur Schönheitskönigin machen. Oh. Fühlt sich so entspannend an. Aha. Geschafft. Zeit für etwas Lidschattenmagie. Mal sehen. Hm. Hm. Ah. 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 Ach. Oh. Wow. Hey, Kätzchen. Komm her. Kätzchen, komm. Wir sehen uns total ähnlich. Geh spielen, Kätzchen. Was? Aha. Naruto-Style. Aha. Geschafft. Und der letzte Schritt. Lippenstift. Hey, Schwesterchen. War nun Spaß. Das ist mein Finger. Gefällt euch die Farbe? Also, ich liebe sie. Lippen sind fertig. Und nun? Das ist mein Ninja-Wegbate-Baya. Naruto-Kunai. Drei Schritte sind geschafft. Das ist perfekt. Oh, wer ist denn die Süße hier? Hallo, ich Kaka. Machen wir das sauber. Mensch, mein Kaka sauber machen. Kumpel, willst du ein Leckerli? Okay, dann mach eine Drehung. Ich bin der Kommandeur, nicht du. Yay. Hier ist dein Leckerli. Oh ja, her damit, Baby. Zeit für einen Spaziergang. Safety first. Äh, ich fühl mich komisch. Oh, wir sind in Schwierigkeiten. Komm, ich helf dir. Ah, danke. Oh, wer hat denn da Pupu gemacht? Komm her, du kleines Kätzchen. Ich will auch solche Ohren haben. Ich werd nie eine Katze sein. Oh, das ist so weich. Ninja-Modus. Miau. So süß und flauschig. Ich brauch was, um sie zu halten. Macht euch bitte keine Hoffnungen. Ich brauch nur den Bügel. Ihr schützt sie mir in der Crown. Und schneiden. Oh. Hä? Fertig. Etwas Kleber und schon kann es losgehen. Jawai. Fertig. Gebt mir ein Uhu dafür. Das ist mein Schwarm. Hm. Aber da ist irgendwas Besonderes dran. Ich guck mal genauer nach. Oh. Er hat kleine Zöpfe. Ich will auch winzige Zöpfe. Ich kenn ein Jetsu. Kuchihya-san no Jetsu. Hat geklappt. Yay. Dieses Tool wird die Arbeit erledigen. Uh. Dann schaut nur, wie es einen Wertfall bringt. Das ist so faszinierend. Ich könnte mir das zehn Stunden lang anschauen. Fertig. Schaut nur, wie süß das aussieht. Oh. 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 Wow. Mein Schwarm. Oh. Ich bin's. Ah. Danke, Anime-Kätzchen. Mmh. Äh. Oh. Oh. Du blödes Eis. Oh. Weg mit dem Teil. Äh. Äh. Ih. Miau. Ignoriert mein Oberteil einfach. Oh. Aber ich kann es einfach abschneiden. Ab jetzt bin ich auch noch Modedesignerin. Schaut einfach zu. Miau. Fertig. Und was meint ihr dazu? Wow. Schön. Unserer Schönheit. Nicht genug Kawaii. Miau. Warum null? Es fehlen die Backen, Han. Häu. Kein Hintern? Häu. Was ist dein Problem? Schau dir mal den Unterschied an. Häu. Ich esse Frühstück für diesen freien Hintern hier. Mein Po ist kein Vergleich zu deinem. Warum ich? Du rockst. Ich wünschte, ich hätte einen Hintern wie du. Oh. Oh. Warte mal. Was ist das denn? Hey, du. Okay. Ich hab gelogen. Miau. Rau. Miau. Hab dich. Rau. Muss ich also doch keine Kniebeugen machen. Warum benutzen Fitnessmodels das nicht einfach? Oh. Und jetzt zum wichtigsten Teil. Miau. Oh. Oh. Schaut mich an. Und pop. Miau. Now look at you. Now look at me. Bleh. Bleh. Ich sollte meine Ernährung ändern. Das ist aber ganz schön viel Fell. Nun. Hm. Das hier könnte doch eigentlich mein Schwanz werden. Aber zuerst müssen wir ihn salbern. Ja. 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 Nicht gerade sehr ladylike von mir, aber... Oh. Oh. Ja. 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 Miau. Miau. Das Ganze wird etwas seltsam. Ich will meine eigenen Pfoten. Ah. Ich werde sie einfach machen. Anziehen. Finger raus. Miau. Oh. 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 befriedigend. Was? Ich war wohl etwas zu harsch. Schaut euch meine Pfoten an. Ich kratze nicht, entspannt euch. Und ich habe nichts übersehen. Keine Sorge. Das ist so kawaii. Oh, ich sollte meinem Schwarm schreiben. Oh, mach schnell ein Gesicht wählen. Hey, wollen wir uns treffen? Gesendet. Ja, er hat geantwortet. Der glücklichste Tag meines... Oh, das ist, als würde ich auf dem Mond laufen. Ich habe Pfotenabdrücke hinterlassen. Wow, wie süß. Ich habe eine Idee. Miau, lass es regnen. Wuhu. Ich habe eine geheimene Nachricht für euch. Könnt ihr sie entschlüsseln? Miau, irgendwie schleimig. Ich hole es raus. Miau. Oh, boom. Ich freue mich auf das Ergebnis. Der Moment der Wahrheit. Und... Ich kann es sehen. Miau. Und los. Der perfekte letzte Schliff. Miau. Sollte ich noch mehr posieren? Jan? Du bist so kawaii. Ich warte in der Schule auf dich. Ich muss mich unbedingt fertig machen. Oh. Was? Ich brauche wohl eine neue Tasche. Und da ich so ein kreatives Mädchen bin, habe ich eine Idee. Passt nur schön auf. Ausgetrickst. Und nun werde ich meinen Lieblingspulli zerstören, um eine Tasche zu machen. Klingt genial, oder? Das sieht aus wie eine Sushi-Rolle. Und nun brauche ich wieder mal mein Lieblingstool. Die Klebepistole. Ich klappe es einfach um und klebe es einfach fest. Fehlt nur noch ein Griff. Wow, sieht gut aus. Aber da fehlt irgendwie noch was. Schaut euch das an. Das bekommst du später wieder zurück. Kittyberg von Kitty Girl. Wow, der Unterricht fängt gleich an. Beeilung. Ja, mein Schatz, ich beeil mich. Hey, kannst du nicht aufpassen? Tut mir so leid. Ich muss meine Füße schützen. Das wird helfen. Aber die sind nicht Kawaii genug. Ich werde sie einfach anpassen. Ich habe sogar eine schönere Handschrift als Lidia Gami. Ob er das auch kann? Ich glaube nicht. Was für eine realistische Katze. Und nun wird es auch schon Zeit für die Farbe. Miau. Könnt ihr riechen, was ich da koche? Und Miau. Oh, riecht nach einem kastlichen Kunstwerk. Ich bin so eine Meisterköllchen. Oh, so dampfig. Oh, schaut euch das an. Miau. Zeit, diese Crocs aufzupeppen. Miau. Meine Nägel wollen auch in Kunst eintauchen. Oh, Licht an. Macht mal eine schöne Drehung für mich. Keiner hat bessere Schuhe als ich. Senpai wird stolz sein. Miau. Und das Letzte, das mir helfen wird, meinen Schwarm für mich zu gewinnen. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your world is hypnotized me. Ich mag Katzenminze viel lieber. Ich muss, ich muss es fangen. Miau. Die aufdringlichen Gedanken haben gewonnen. Wow, wer ist dieses Kätzchen? Venus. Miau. 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 Vielen Dank.